Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um Ultimate Speed. Das ist auch ein Lidl-Produkt, wird jetzt immer mehr an Parkside angeglichen, habe ich festgestellt. Heute soll es um diesen digitalen Profiltiefenmesser gehen und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ja, Ultimate Speed, bekannt als, Automarke möchte ich jetzt nicht sagen, Automarke wäre falsch, aber eben Produkte, die für den Kfz-Bereich zuständig sind von Lidl letztendlich. Heute geht es um diesen digitalen Profiltiefenmesser, wie ich schon gesagt habe. Wenn ihr eine Schieblehre daheim habt, dann ist das natürlich auch möglich, das damit irgendwie zu messen. Aber grundsätzlich, wenn man so ein Teil dann irgendwie extra hat, sage ich mal, dann zu den Winterreifen oder zu den Sommerreifen mitlegt, dann kann man dann immer mal schnell nachmessen und dann, ich denke mal, das ist auch nicht so teuer, das kostet irgendwie zwischen 6 und 8 Euro. Den tagesaktuellen Preis könnt ihr euch abrufen, wenn ihr unten der Verlinkung folgt. Drei Jahre Garantie habt ihr damit noch und wenn das eben speziell dafür da ist, um Profiltiefen zu messen, dann hat man eben noch ein Werkzeug mehr in der Werkstatt und dann freut man sich vielleicht, dass man eben das dann nutzen kann und nicht eben irgendwas anderes herkrammen muss und dann vielleicht nicht so professionell das Ganze ablaufen lässt, wie als wenn das mit diesem Profiltiefenmesser möglich wäre. Weil mit einer Schieblehre muss man sich natürlich immer ein bisschen umstellen. Hier geht das alles ein bisschen bequemer. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Vom Gewicht her kann man sagen 35 Gramm, das kriegt ihr auch so in die Tasche, da braucht ihr nicht großartig groß für frühstücken. Der Messbereich liegt zwischen 0 und 25,4 Millimeter, das bedeutet 0 bis 1 Inch. Die Messgenauigkeit beträgt plus minus 0,1 Millimeter, also das ist wirklich sehr sehr genau das Gerät. Batterien sind gleich mit dabei, da braucht ihr euch auch nicht drum kümmern und damit könnt ihr dann wie gesagt die Reifenprofiltiefe messen. Wie man das macht, probieren wir gleich mal aus. Ich würde sagen, wir packen das erstmal aus und gucken uns das etwas genauer an. So, wenn wir das Ganze aufmachen, kommt hier in so einer Pappschachtel das Ganze daher, dann ist hier schon der Profiltiefenmesser und schaut euch das mal an. Muss denn sowas sein, braucht man dafür so eine fette Bedienungsanleitung. Gut, die ist jetzt mehrsprachig gehalten, aber letztendlich die nimmt jetzt mehr Platz ein und Volumen ein als das Gerät an sich. Sonst ist jetzt hier nichts mehr drin. Dann haben wir hier eine Batterie mit dabei, die ist hier gleich noch eingepackt, die müssen wir dann hier noch reinbringen. Vielleicht ist jetzt sogar noch eine dabei, nein. Also die Batterie müsst ihr dann hier oben einlegen und ansonsten seht ihr, das Gerät funktioniert auch nur ausschließlich mit Batterie. Das heißt, wir haben hier nicht noch eine Skala mit dran. Das würde ich natürlich dann begrüßen, auch wenn das Teil heißt, dass es ein digitaler Reifenprüfer ist oder Reifenprofiltiefenmesser ist. Trotzdem könnte man ja hier eine Art Skala noch mit dran bauen, so wie bei einer Schieblehre auch, dass man das im Zweifel, wenn die Batterie mal leer sein sollte, dann auch manuell ablesen kann. Grundsätzlich, von der Führung her kann man dann schon mal sagen, das liegt sehr gut in der Hand, dadurch, dass wir hier noch so eine kleine Rundung mit dabei haben. Das heißt, das können wir auf den Reifen natürlich prima aufsetzen. Das werden wir auch gleich nochmal machen und dann können wir das Ganze hier damit dann messen. Legen wir mal eine Batterie ein, gucken wir mal, ob wir die hier rausbekommen und wie das dann auf dem Display sich alles darstellt. Grundsätzlich sollte das ja jetzt hier kein Problem sein, er zeigt jetzt schon hier was an. Okay, machen wir das Ganze mal wieder zu. So, und ihr seht, er zeigt jetzt dann hier schon was an. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch nullen und dann können wir hier ganz bequem die Werte auch ablesen. Wäre natürlich schön, wenn das Ganze hier noch so ein bisschen beleuchtet wäre. So, wenn jetzt die Sonne da richtig drauf prallt oder so, weiß ich nicht, ob man das dann gut ablesen kann. Ihr könnt hier das Gerät ein- und ausschalten, hat aber auch eine automatische Abschaltfunktion. Ihr könnt das hier jederzeit dann auch nullen, damit ihr dann eben, dann je nachdem welchen Reifen ihr dann habt oder wo ihr dann ansetzt, dann einen Nullpunkt dann auch habt. Und dann können wir hier oben das Ganze nochmal in Inch oder in Millimeter jeweils dann umschalten. Dann habt ihr natürlich hier auch eine Umrechnung, ob das jetzt unbedingt gebraucht wird, sei dahingestellt. Aber Lidl beliefert ja nicht nur den deutschen Markt, sondern auch andere europäische Märkte. Und da kann es natürlich dann sein, dass irgendwo irgendwas mit Inch gemessen wird oder vielleicht in Amerika, also in den USA oder sowas. Da ist ja sowas dann gang und gäbe. Und dann sind die natürlich für solche Märkte vorbereitet. Oder wer jetzt vielleicht Einwanderer ist oder irgendetwas und die anderen Maße dann gewohnt ist, der kann dann natürlich das auch umstellen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas benötigt. Das sieht man ja auch wirklich sehr, sehr häufig, dass man eben sagt, naja gut, das ist auf irgendeinem Maßskala dann mit drauf, einem Maßband oder irgendwas. Da sind dann auch Inch mit drauf. Kann natürlich auch sein, dass das grundsätzlich einfach daher rührt, dass das jetzt ja nicht unbedingt für Lidl produziert wird, sondern das wird einfach ein anderer Aufkleber drauf gemacht und dann wird ein anderer Markt vom Hersteller, das wird irgendwo in China produziert werden sicherlich, dann beliefert wird und dann brauchen die das natürlich nicht immer ändern. Und ich denke mal, vielleicht rührt das auch daher. Ansonsten das Teil natürlich komplett aus Plastik, außer hier dieser kleine Messstab, der dann hier rauskommt, der ist aus Metall, dass der dann nicht irgendwie schnell abbricht oder sowas. Also da hat man sich dann schon den Kopf gemacht. Und ansonsten wirklich, wie gesagt, ein absolutes Leichtgewicht. So, ich habe jetzt hier mal einen Reifen, einen Autoreifen reingeholt und ihr seht, die aktuellen Reifen haben meistens irgendwie schon einen Indikator, wann die abgefahren sind. Hier sind so mittlere Stege und wenn die dann hier mit dieser Fläche übereinstimmen, dann wäre der Reifenaustauschpflichtig. Dann habt ihr die minimale Profiltiefe eigentlich erreicht. Das wird sicherlich noch ein halber Millimeter oder was dann Spiel sein. Aber grundsätzlich gibt es solche Indikatoren manchmal auch an Farbverläufen dann, wenn hier irgendwelche Farben dann auf einmal im Gummi erscheinen oder sowas, dann kann das auch sein, dass das der Indikator dafür ist. Aber grundsätzlich schadet das sicherlich nichts, wenn wir das Ganze hier mal überprüfen mit dieser Schieblehre. Das macht man dann wie folgt. Man setzt die hier einmal quasi auf, dass die hier über den mittleren Steg geht und dass die dann hier an diesen beiden Flächen jeweils an diesem und diesem Steg hier aufliegt. Es gibt natürlich verschiedene Reifenprofile. Müsst ihr dann sehen, wie ihr das Ganze dann macht. Dann schiebt ihr dann hinten dieses kleine Metallteil bis hier vorne ran, dass das dann hier aufliegt. Drückt hier einmal auf 0, geht einen Steg weiter rüber nach rechts oder nach links, schiebt dann hinten wieder das Metallteil nach vorne, sodass der Dorn dann hier vorne in diese Lauffläche dann, oder die Laufflächen sind ja hier, in die Vertiefung der Lauffläche dann eingreift. Dann können wir hier schon einen Wert ablesen. Der liegt jetzt hier bei 4,9 Millimetern, also ungefähr 5 Millimeter. Das ist für den Sommerreifen noch sehr, sehr gut. Also den kann ich noch auf jeden Fall dann fahren. Gesetzlich ist, glaube ich, vorgeschrieben Mindestprofil irgendwie 1,6 Millimeter oder was verbessert mich in den Kommentaren, wenn ich da falsch liegen sollte. Aber ich denke mal mit 5 Millimetern bin ich da noch auf der sicheren Seite. Wären das jetzt Winterreifen, könnte man schon über einen Tausch nachdenken. Da sagt man ja so immer so, naja, 7 Millimeter oder sowas. Dann sind die Reifen neu, 7,5 Millimeter oder sogar noch mehr. Und dann muss man eben selber für sich beurteilen, sind die Reifen A noch so gut, dass die eben vom Material her noch gut sind, ob die irgendwo abgefahren sind oder irgendetwas anderes mit den Reifen sein sollte, oder die einfach überaltert sind, oder eben das Profil. Also es gibt verschiedene Merkmale, an denen man dann selbst erkennen muss, wann man solche Reifen dann eben austauscht. Ja, so einfach ist das mit dem Profiltiefenmessen, also gar kein Problem. Wenn ihr keine Schieblehre daheim habt, dann ist das sowieso das Richtige für euch. Ich denke auch, dass das jetzt früher oder später in den Filialen auch liegen wird, weil einfach auch die Reifenwechselsaison dann eben anfängt. Grundsätzlich könnt ihr euch das natürlich auch online bestellen. Das Produkt ist unten, wie gesagt, für euch verlinkt. Und wenn ihr sowieso irgendwas bei Lidl bestellen wollt, dann kann man das auch mal schnell für den Preis auf jeden Fall mit einpacken. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Andere Sachen könnt ihr natürlich damit auch messen. Alles, wo irgendwo eine Tiefe gemessen werden müsste, vielleicht auch wenn ihr Möbel baut oder irgendwas und tatsächlich keine Schieblehre habt, könnt ihr das theoretisch dafür auch verwenden. Aber grundsätzlich ist natürlich im handwerklichen Bereich eine vernünftige Schieblehre dann auch unabkömmlich. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Teil hier haltet, ob ihr das schon zu Hause habt, ob euch das schon weitergeholfen hat oder vor Strafen vielleicht bewahrt hat. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Blöckchen nur, so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit einschaltet und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.